Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diesmal mit Mr. Hyde Da haut er einfach als erstes Den weg, auf den ich auch geschossen habe Steht die bei dir auch noch? Nein Okay Bei mir stand sie, da fehlte nur das Gesicht Und gebrannt hast du natürlich auch Was, der hat nicht gereicht Wolze Die Scheiße Aufpassen, weil beim Bahnhof gerade eben geschossen wurde Was ist das? Was ist das? Zwei Immus und Hunde Diesen Bogen muss man machen So weit jetzt her Lächerlich Das ist auch lächerlich Was ist denn das hier für einen Turm? Den kenn ich auch gar nicht Okay, hier gibt es nichts Hat sich nicht gelohnt, da hoch zu gehen Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Los Was ist denn das? Die Das ist Trotz schon hier irgendwo sein. Mhm. Oh. Hier oben gibt es ja vier Schusssägen. Mhm. Na gut, zwei Punkte habe ich. Ich glaube, dann mache ich das mal. Was ist jetzt näher? Und welche Schüsse sind gegen den Boss? Hm. Ende Ende. Danke, dons. Lass uns auf den Brunnen direkt in Ordnung. Ja. Doe. No. 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 Go. No. Ah! Ah! Mösses... ...zum dicken. Mmmh. Ist auf jeden Fall näher dran, ne? Die Frage, was wir jetzt machen. Kommen die zu uns oder gehen die zu den anderen? Was natürlich da interessant ist, ist, dass da ja auf jeden Fall ein Trade liegt. Selten auch. Diese Dunkelheit hat es schon hier. Ja, Löff, die laufen unten lang. Ich frage jetzt, wollen die unten raus oder wollen die... Oh. Im Moment liegst du aus, ja. Erstmal zum Wagen und dann... Hm, möglich, ne? Das warst du. Ich dachte, das kam von vorne. Alles, wo geht die denn raus? Wir haben natürlich mehrere Möglichkeiten. Hm. Wo ist denn jetzt der Raum der Räume hier lang, ne? Oh, das war laut, ja. Ja, die anderen kommen von der anderen Seite. Hm. Ich setze hier mal Fallen rein. Ich gehe mal hier raus. Ich gehe mal hier raus. Das ist mir ja nichts. Hm. Dann setze ich hier auch noch welche hin. Ok, jetzt kriegen wir sie natürlich nicht mehr. Warum ist der denn aggro da? Hä? Punkte an der Wand Den habe ich jetzt einfach mal aufgeregt Oh oh Da kommt die hoch Ja Ein schlauer Emo Was hat denn? Die anderen fighten in der Mien, also wie sie sich anders Oh ist er So Die weg Ah, ich hasse das Schön dran vorbei geballert Uh, er ist immer noch da Bist du vergiftet oder was? Ne Okay Erwöhmig Oh, der hat fast Fast zu zerschlagen He Legs fein, ne Nein So Ja, das kennen wir hier, ne Da vorne ist der Kren Ich würde mir wünschen, sie würden nochmal durch die andere Höhle gehen, ne Ah Ich würde echt gehofft, dass beide Teams da ankommen Dann drehen die wieder ab Hm 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 Bist du Ich werde das Tibet Oh Ich würde mich jetzt raus Wenn mich Ich würde mich sind in der mine auf jeden fall hier auf der seite ist dieses gebäude auf der anderen seite vom berg hier rennen sie ich höre neben mir auch ein renn ok haben die da hinten noch einen kampf ich schreibe mir mal ganz kurz hier an den wagen an den blöden kötern vorbei ok 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 ich sehe nichts wenn sie ein bisschen kämpfen sind sie ja gegebenenfalls angeschlagen ich habe ihn leider nicht getroffen ist er hier oben keine ahnung wo der bolzen hingegangen ist ok ok der oben ist tot aber unten lief noch einer irgendwo rechts oben der war oben auf der treppe ich gucke mal ob ich hier reingucken kann und was sehe hier also eine bau und die liegt da ist etwas vertreten ich bin noch nicht die bau und die tauschen Auch nicht aufgestellt bis jetzt. Alter, warum komme ich da nicht rein? Jetzt steht die zweite Bounty wieder. Jetzt ja. Irgendwo da. Nicht schon wieder, ich kann doch nicht ohne dich. Der eine war auf jeden Fall draußen. War. War 40er wahrscheinlich auch da. War 41 token. War 41Ыg. War 41 der. War 41. War 42. War 42. War 42.. War 43. Lauf doch mal in die andere Höhle rüber. Lauf in meine Falle. Die sind wieder schön ruhig, wenn du jetzt reingehst, dann kommt die Band ganz weg. Weil das mit euch dieses Fenster nicht reinkommt. Noch zu dick. Ja, Dude. Mh-hm. Ja. Tja, nun hocken wir hier. Ich hab nicht mal Fächer. Ich auch nicht, ich hab nur Armbrüste. In verschiedenen Variationen. Stahlbolzen, Gift und Feuer. Ich wollte gerade sagen, die sind doch irgendwo da draußen. Ach wo? Weiß ich nicht genau. Ich war gerade in Schattensicht, als ich beschossen wurde. Also rein theoretisch würde ich ja irgendwo da oben schätzen. Aber ich weiß es nicht. Naja. Naja. Oder dahinter, ne? Da drauf oder... Keine Ahnung. Funktionskisten hätte ich noch. Mh-hm. Mh-hm. Jetzt krieg ich gleich einen Kopfschuss. Mh. 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 Beide irgendwo da. Laut... Laut... Laut Karte. Scheiße, nicht gesehen. Ganz... Ganz links hinten an der... ...an der... ...em Stein. Oh, sehr schön. War es ein Brandschuss? Mhm. Ich weiß nicht, ob er... Also Hit war es auf jeden Fall. Ja, einer ist gestorben. Einer hat geschrien. Okay. Hab ich nicht gehört. Ich bin oben. Dann halte ich mal den Stein im Blick. Okay. Die sind beide da immer noch. Ja. 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 Das war sehr nice. Nicht mitgerechnet. Nee. Ich auch nicht. Der andere hat Hit und müsste bluten. Das sehen aber nicht. Ist an der Hausmauer hinten. Okay. Da irgendwo. Da wo es grün wird. Ich seh seinen Kollegen nicht. Brennt der jetzt auch? Ich geh mal durch die Mine. Oh, hier liegt was. Hunter. Ja. Ich glaube hier wurde ein Glas geschmissen. Ja, das ist direkt da den Eingang. Mhm. Hab ich Schlange? Ich hab glaube ich Schlange. Ich könnte... Ja. Also ich kann nicht durch die Mauer pingen. Auf jeden Fall weiter unten. Ja, das ist unten drin. Auf jeden Fall. So. Dann kommt er brennt. Ich wusste gar nicht, dass der Bolzen so viel Feuer macht. Kein Wunder, man hat nur drei oder so. Doch bald. Vier. 18 Minuten haben wir noch. Mhm. Nähert sich hier so ein bisschen. War immer noch... Eher ein Tick unter mir, eher deine Ebene. Das ist ja schon ausgebrannt. Ja, das hockt immer noch da unten drunter. Das ist drauf über der Aktion. Ach, hier ist er. Direkt neben mir. Neben dir. Da geht's nen Gang runter. Da ist er. Der hat nen Bump-Gun. Definitiv. Mhm. Ja. Ja, genau. Sehr gut. Ah, bieb. So, wir kommen zurück. Ach, hier ist noch einer. Den meintest du. Da hat mich bestimmt looten, Hirn. Hm. 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 Ja, dann können wir, glaube ich, raus. Ne? Ah ne, da drinnen sind noch zwei Handratzen-Glupen. Vielleicht. Ich guck mal, ob hier noch was ist. Ich denke ja mal nicht. Ja doch, hier liegt auch noch einer. Was haben wir denn da? Wetterly Silencer. Verdammte Loot-Gear hat mir wieder mein Leben gekostet. Ja, ich hab's ja auch gemacht, aber bei mir ging's. Na gut. Die Made. Will ich jetzt mal auf die Wetterly wechseln? Hm. Nö. Ach komm. Ja. Ja nicht nochmal durch die andere Hülle. Da liegen meine Fallen. Ja, ist toll. Ja nicht. Nichts. Das war hier, oder? sehr schön den können wir noch gut machen vielleicht hätten wir den anderen ausgang nehmen sollen wegen dem trade der da rumliegt wie viele gibt es denn von diesen schreihelsen noch mal ich habe daneben geschossen es war ein ausweichender zombie die spinnen wollen hier entlang ein massaker oh nein die lampe ist beschädigt so 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 so